Das Gesprächsklima zwischen Russland und dem Westen ist weiterhin frostig und ungemein kühl. Ein Thema beschäftigt weiterhin. Die unter der Ostsee verlaufende Pipeline Nord Stream 1 wurde am 31. August für Reparaturen abgeschaltet, aber anschließend nicht wieder in Betrieb genommen. Im September wurde sowohl Nord Stream 1 als auch Nord Stream 2 durch Explosionen beschädigt. Nach Ansicht europäischer Regierungen waren die Lecks auf Sabotage zurückzuführen. Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete westliche Behauptungen, Russland stecke hinter den Explosionen als verrückt und gab dem Westen die Schuld. Wie es jetzt weitergeht, ist unklar, wie auch Kreml-Sprecher Dmitry Peskov in einer Stellungnahme am Donnerstag bekannt gibt. Nur Reparaturen können Nord Stream 1 jetzt betreffen. Oder den Start der einzig überlebenden Linie Nord Stream 2. Die Reparatur ist bis jetzt allerdings noch nicht erfolgt. Es wurden diesbezüglich keine Beschlüsse gefasst. Über die Ereignisse der Untersuchung wissen wir noch nichts. Wir wissen nicht, inwieweit die Länder, in deren Wirtschaftszone diese Sabotage stattfand, noch darauf bestehen werden, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Dies wäre für uns interessant zu wissen. Doch bisher gibt es noch keine Antworten. Die Lage, wie es jetzt mit Nord Stream 1 weitergeht, bleibt weiterhin undurchsichtig und gerade jetzt in den kalten Wintermonaten äußerst frostig.